hallo willkommen bei murdi in der küche heute zeige ich euch wie ich specksalat mache das ist ein kartoffelsalat den man warm und kalt essen kann dazu habe ich weil eine größere feier mal wieder ansteht in unserer familie gibt es halt oft einen grund zum feiern zweieinhalb kilo fest kochende kartoffeln gekocht und gepellt und schon mal in scheiben geschnitten ihr könnt das ganze natürlich auch in einer kleineren menge herstellen das ist alles überhaupt kein problem dann nehmt ihr entsprechend wenig von dem speck und bloß eine zwiebel und bloß ein viertel oder halben liter wasser als grundlage da könnt ihr auch ein kleines schälchen machen wenn ihr mal irgendwo kartoffeln über habt der schmeckt immer gut ich habe gestaunt dass unsere kinder den sogar schon gerne gegessen haben als sie noch recht klein waren er heißt specksalat weil eine wichtige grundlage tatsächlich so richtig fetter speck ist und ich hole mir dafür immer ein stück direkt vom fleischer weil der schmeckt dann eben doch besser als wenn ihr so was abgepacktes nehmt ja also ist nicht teuer und ja schmeckt besser nicht so ein glasiges zeug macht kleine würfel und dann kommt das in die pfanne ich habe die schon mal so ein bisschen vorgewärmt ihr müsst natürlich aufpassen bei speck wenn ihr den auslasst ihr müsst warten bis das wirklich das fett alles raus ist und die würfel anfangen knusprig braun zu werden und das heißt der speck wird auch ein bisschen dampfen und dann habt ihr in der wohnung auch den geruch von ausgelassenem speck also das muss man wissen wenn man es macht ja also wenn direkt die gäste vor der tür stehen vielleicht nicht so das richtige aber ich mache das gerne einen tag vorher dann kann das in ruhe durchziehen außerdem sitzen wir morgen draußen weil wir den grill anmachen und dann passt das schon extra eine noch größere menge gemacht weil die kinder schon vorher anreisen dann ist auch zur not schon mal was für morgen mittag da wenn sie hunger haben ja ganz einfaches rezept wie gesagt ich schneide jetzt hier den speck und lasse den aus da müsst ihr nicht die ganze zeit zugucken ich mache nachher weiter wenn die speckbrocken so weit sind und immer so ein bisschen nach sicht wenn ihr meint ach ja das reicht dann reicht es halt ne ich weiß nicht ob ich hier das ganze stück dran haue ich will dass das in der pfanne gut aussieht auf jeden fall werde ich auf die menge etwa ein dreiviertel liter wasser als grundlage nehmen nachher für den sud da kommt essig dran und ich bin so ein alter essig fan ich mag nicht gerne diesen weinessig geschmack an solchen gerichten deswegen nehme ich da wirklich gerne essig essenz das heißt die ist sehr konzentriert davon muss ich nicht so viel dran machen das müsst ihr euch alleine ausprobieren nehmt euer lieblings essig ansonsten braucht ihr damit das süß sauer wird neben essig natürlich salz und pfeffer habe ich mir gerade hier schon mal gemahlen zwiebeln und zucker unbedingt essig zucker salz pfeffer zwiebeln kommen auch noch dran und das war es dann schon das ist ein recht preisgünstiges essen was einem schmeckt und nicht viel arbeit macht muss ich mal sagen denn Kartoffeln kochen sich alleine. Kartoffeln Pellen geht auch schnell. Ich mache die immer nach dem Kochen in kaltes Wasser mit Eis. Ich nehme solche Akkus, damit das nicht vertan ist. Ich habe immer Kühlakkus im Tiefkühl und dass ich richtig Eiswasser habe, weil dann löst sich die Pelle fast von alleine von den Kartoffeln, dann macht das Pellen auch Spaß. Also für die große Menge werde ich hier auch dieses ganze Stück Speck verwenden. Wenn ihr weniger macht, nehmt einfach weniger. Das ist so ein Ding aus Muddys Küche, wo ich kein genaues Rezept aufschreiben kann. Ja, also dann müsst ihr selber ein bisschen kreativ werden. Aber ich denke, das kennt ihr ja von mir. Habt keine Angst vor solchen Dingen. Kochen macht Spaß. So und jetzt halte ich mal meinen Mund, weil jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass der Speck hier ordentlich ausgelassen wird. Ich schneide in der Zwischenzeit nachher die Zwiebel in feine Ringe, aber auch da müsst ihr ja nicht die ganze Zeit zugucken. Und wenn die Zwiebel dann rankommt, schalte ich euch wieder zu. Jetzt werden hier die Bröckchen langsam etwas braun. Ich kann euch das mal zeigen. Es schwimmt hier schon alles schön in der Pfanne. Ja, und die nehmen auch langsam Farbe an. Kleines bisschen mehr darf es gerne noch sein. Ich habe meine drei Zwiebeln hier in feine Ringe geschnitten und mache jetzt weiter mit dem Sud. Vielleicht können wir dann auch gleich weitermachen, denn der ganze Rest von dem Salat geht dann wirklich ganz schnell. Also hier mache ich jetzt so, naja, einen Esslöffel erstmal von der Essigessenz und auf jeden Fall einen Esslöffel Zucker, 1,5 Teelöffel Salz und relativ ordentlich Pfeffer. Würde ich mal sagen, auch mindestens 1 Teelöffel. Ich rühre das mal durch und dann kommt ihr nicht drum rum, ihr müsst, ihr müsst das dann kosten. Braucht tatsächlich noch ein bisschen Zucker, Essig reicht. Also würde ich sagen, auf die Menge 2 Esslöffel Zucker. Salz und Pfeffer ist gut. Ich werde ja manchmal gefragt, warum denn immer Zucker? Oh, jetzt habe ich Pfeffer im Hals. Ich muss mal kurz Pause machen. Geht wieder. Also ich werde immer mal wieder gefragt, warum ich immer Zucker nehme. Ja, also ich bin in manchem schon ziemlich modern in der Küche, aber da gebe ich ehrlich zu, ja, noch nicht immer auf anderem Wege. Aber ich habe auch Birkenzucker da. Ihr könnt also Birkenzucker oder Zylit auch genauso wie Zucker verwenden. Ihr könnt auch immer mit Agavendicksaft hier oder oder Honig süßen. Je nachdem, was euch lieber ist. Ja, ihr müsst nicht Industriezucker nehmen. So, jetzt haben diese Bröckchen alle eine schöne hellbraune Farbe. Dann wird es Zeit, die Zwiebeln da dran zu tun. Die werden jetzt auch relativ schnell Farbe annehmen, weil der ausgelassene Speck eine ziemlich hohe Temperatur hat. Trotzdem halte ich mal wieder meinen Mund und hole euch dran. So in 3-4 Minuten denke ich mal, haben die Zwiebeln die richtige Farbe. Jetzt haben die Zwiebeln eine schöne Farbe angenommen, noch nicht zu dunkel. Aber Röstaromen sollen sie haben. Und jetzt müsst ihr euren Sud mit einem Schwung drauf machen. Wenn ihr das langsam macht, könnte es sein, es spritzt. Einfach rein. Das Ganze lasse ich jetzt nochmal so aufkochen und etwa 3-4 Minuten wenigstens richtig schön durchkochen. Damit das alles sich gut miteinander vermengt. Und dann kommt das über unsere Kartoffeln und dann sind wir fertig. Also, das fängt jetzt schon langsam an hier zu kochen. Wenn ihr das schön langsam durchkocht, dann merkt ihr auch, dass es nicht mehr bloß wie Wasser ist, sondern dass sich da wirklich so eine andere Konsistenz entwickelt durch den Speck, durch den ausgelassenen Speck. Gleich ist es soweit. Ich habe das Ganze jetzt etwa 5 Minuten durchgeköchelt und jetzt kommt dieser ganze Sud an meinen Kartoffelsalat. Einmal durchheben. Wenn ihr merkt, dass da zu viel Flüssigkeit drin steht, wenn er durchgezogen ist, die Kartoffeln nehmen nämlich noch manches auf, dann könnt ihr das auch abgießen. Aber erstmal ist es gut, wenn das jetzt richtig schön durchzieht. So. Specksalat. Meine Kinder haben ihn schon immer gern gegessen. Sie haben ihn sich gewünscht, bekommen ihn jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen.